Hi, ich bin Stefanie Bartel in Brunnergärm. Meine Kunst ist abstrakt. Angefangen habe ich mit dem Puring, was ich weiterhin auch mache in meiner Kunst. Viel versuche ich jetzt aber mit Strukturpaste, verschiedene Natursachen wie Eis und so weiter darzustellen. Wichtig ist mir, da ich von der Insel Rüben komme und das Meer liebe, wie wunderschön diese Welt ist und auch darauf aufmerksam zu machen, zu sensibilisieren, dass wir diese Natur und Tierwelt auch erhalten müssen. Dementsprechend habe ich hier zum Beispiel ein Bild, der an Arctis gemacht, um darauf aufmerksam zu machen, dass das Eis schmilzt und damit einfach dem Kunstinteressierten auch etwas mitzugeben auf den Weg. Ich stelle aus in der Pachmin Artgalerie vom 06.06.05.2023 und kommt vorbei zur Vernissage am 06.05.19 Uhr. Ich freue mich! 100 Minuten lang documentiert! Rénergie. Untertitelung des ZDF, 2020